Heute für euch drei optische Illusionen, die dich high machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Nummer 3, die Buchstabenillusion. Bei dieser Illusion musst du dich vollständig auf die Buchstaben inmitten des Zentrums konzentrieren. Versuche hier so wenig wie möglich zu blinzeln. Visualisiere nun die Buchstaben und wiederhole sie in deinem Kopf, ohne dabei die Konzentration zu verlieren. Du wirst bemerken, wie sich das Bild nach und nach verändern wird, aber denke daran, dass du dich bis zum Ende auf die Buchstaben konzentrieren musst. Jetzt schau dir die Buchstaben in deinem Kopf. Du wirst dich um und alles wird sich eindrucksvoll bewegen. Kannst du es sehen? Nummer 2, die Weißpunktillusion. Für diese Illusion musst du nur auf den weißen Punkt inmitten des Bildschirms starren und versuchen so wenig wie möglich zu blinzeln. Aber was auch immer passieren sollte, höre nicht auf, den weißen Punkt anzusehen. Wir sehen uns wieder. Das war's. Jetzt schau dich um und du wirst bemerken, wie sich alles sehr seltsam zu bewegen scheint. Wenn du dieses seltsame Gefühl noch krasser fühlen willst, kannst du deine Augen auch nach der Illusion auf ein Objekt richten, um den Effekt noch krasser mitzubekommen. Nummer 1, die Spiralenillusion. Diese Illusion wird zweifellos sehr überraschend für dich sein. Konzentriere dich mit deiner ganzen Aufmerksamkeit auf das Zentrum des gesamten Bildes und siehe, wie sich die Spirale wegbewegt und sich alles ändert. Musik Schaue dir nun ein x-beliebiges Objekt in dein Zimmer an und du wirst bemerken, wie es nach und nach größer wird. Erstaunlich, oder? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es nur doch gerne in die Kommentare. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020